Bei einer Messerattacke an einem Kindergarten in Südchina sind sechs Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Unter den Opfern sind Erzieher, zwei Eltern und drei Kinder. Die Polizei nahm einen 25 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen fest. Der Angriff ereignete sich in der Stadt Liangjiang in der Provinz Guangzhou. Untertitelung des ZDF, 2020